Herzlich Willkommen, mein kleines Alter von mir. Was, mein Alter? Ich weiß es nicht mehr. Egal. So eine Scheiß. Was ich eben sagen wollte, ich hab heute einen kleinen, kleinen, kleine, klitzeklinen Wels gefangen. Den möchte ich euch heute mal vorstellen. Dadurch steig ich in die Badewanne rein und zeig mal euch. Gestaltet der Kumpel, der ist. Der Kumpel, der ist. Warte, da muss ich mal in den Schritt zurück gehen hier. Warte, da muss ich mal in den Schritt zurück gehen hier. Zwei. Der Kumpel, der ist, der tut heute nicht mehr an. Der sagt, ey, das hat die Suppe gemacht. Dass du mich gefangen hast. Ja. Darum, Anno, Jutta, Anno, trinken wir auf diesen. Ja, warte mal, dann machen wir mal das Bierchen auf hier. Du, das Bierchen aufmachen hier. Ja. Ja. Hätte man erst mal vorbei gefahren, ist schon super aus auf dem Video. Ja. Ja. Mösch mal Prost hier, weh. Mama. Prost. Prost hier. Und der Jutta Wels. Der Jutta Wels. Der Jutta Wels. Der Jutta Wels in der Mitt. Der Jutta Wels. Ich hab nur eine, zwei Hände. Das deswegen. Es ist ungefähr halb zwei in der Früh. Und wir verabschieden uns mit freundlichen Grüßen hier. Und ein Prost hier offen. Wola Wola. Wola Wola. Wola Wola. Siedl. 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 Hier.